Herzlich willkommen zu einer weiteren Behandlung hier bei MAC Aesthetics. Heute dreht sich wieder alles um die Nasenkorrektur ohne OP bei einer ganz sympathischen Patientin. Und hier setzt die Behandlung schon an. Wir korrigieren heute den Nasenhöcker und setzen die Nasenspitze auch etwas weiter nach oben. Diese Behandlung ist natürlich schmerzfrei und hier sehen wir schon das wunderschöne Ergebnis. Und unsere Patientin ist glücklich und somit sind wir das auch. Untertitelung. BR 2018